Also als ich das Wasser das erste mal probiert habe, hatte ich das Gefühl ich stehe vor einem Berg und kriege frisches Quellwasser. So hat sich das für mich das erste mal anfühlt, als ich so ein gefiltertes Wasser trinken durfte. Für mich schmeckt das Wasser besser, wie herkömmliches Wasser. Man schmeckt richtig, dass das Wasser rein ist, dass es frisch ist. Und ich merke auch vom Sportlichen her, dass es mir viel besser geht, dass ich viel mehr Kraft habe, dass ich einfach besser Sport machen kann mit dem Wasser, wie irgendeinem aus dem Supermarkt gekauftes Wasser. Seit mir das Wasser benutzen, habe ich festgestellt, dass ich meinen Wasserkocher nicht mehr entkalken muss. Wenn ich Eier koche, habe ich keinen Kalkrand. Ich fühle mich einfach wohler zu wissen, dass ich einfach sauberes, klares Wasser trinke. Ich finde es außerdem schneller, einfach eine Wasserflasche aufzufüllen und zu wissen, ich habe ein sauberes, anständiges Wasser im Sport dabei. Wo ich weiß, da sind keine etlichen anderen Stoffe drin. Wenn ich sowas trinken will, ich gehe einfach zum Wasserhahn, lasse mir ein Glas raus und fertig. So muss ich immer wieder die Flasche holen, aufmachen, reinschütten, Flasche zumachen, wieder in den Kasten. Und so geht es einfach schneller und es schmeckt um einiges besser. Wir müssen keine Wasserkästen mehr schleppen. Wir sind zweimal in der Woche einkaufen gegangen, mussten jedes Mal zwei Kästen Wasser kaufen. Und dieses Problem haben wir nicht mehr. Ich bin die Alia Hufnagel aus Bad Winsheim, bin jetzt gerade im Handballtraining beim TV 1860 Bad Winsheim. Und wir haben seit drei Jahren die Filtermaschine daheim. Und es ist wahnsinnig praktisch, einfach vom Training schnell an den Wasserhahn, Wasser abzufüllen, zack weiter. Man muss nicht immer die schweren Glasflaschen rumschleppen. Ja, ich merke auch einen Unterschied. Also beim Sport fühle ich mich, wenn ich das Wasser trinke, viel fitter. Ich habe auch das Gefühl, dass ich dann immer so schnell Muskelkater bekomme, also dass auch die Regeneration einfach viel schneller ist. Und ja, es ist einfach erfrischend. Und da ich, wie gesagt, Sport mache, auch auf meine Ernährung und meinen Körper achte, ist es für mich wichtig, auch einfach gesundes und gefiltertes, sauberes Wasser zu trinken. Gerade in einer aktiven Familie, wie wir es eine sind, die viel Sport treiben, ist natürlich, Wassertrinken ist A und O. Und wir haben uns jetzt überlegt, wie kann man Wasser trinken, das auch gesund für uns ist. Und so sind wir dann auf diese Firma H. Preis gekommen, die einfach ein Angebot uns gegeben hat, wo wir wirklich sagen können, damit können wir leben. Ob ich jetzt nur schnell mal ein Stück Wasser trinken will oder was mit auf die Arbeit nehmen möchte, ich kann hier aus meinem frisch gefilterten Wasser, das aktiviert wurde, das einfach lebendig ist und klar ist, immer wieder was rauslassen und nachfüllen. Und jeder, der Sport treibt, weiß, wie wichtig Wasser ist. Und deswegen denke ich einfach, dass man über so eine Anlage wirklich sich mehr Energie holen kann, als es aus dem herkömmlichen Leitungswasser rauskommt. Wenn man heutzutage hört, wie viele Schwebstoffe und kleinste Partikel in so einem normalen Leitungswasser sind, obwohl es eigentlich Trinkwasser ist, fragt man sich schon, was ist mir meine Gesundheit wert. Und für uns war das eigentlich relativ schnell entschieden, dass wir sagen, wir investieren ein bisschen was, aber wir investieren es in uns und von dem her sind wir auf jeden Fall top zufrieden mit dem Wasser und schmeckt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ja, tschüss.